Hallo und Willkommen zu TTT 18 Prozentschläge ich bin hier mit Jans Velll Nein, du bist so nett mit Jans Velll vielspiel ich äh, ich bin Fulich, ich bin Fulich, ich bin Fulich, ich bin Fulich, ich bin Fulich ich nehme eh nur Freunde an, die ich kenne äh, ja und ich bin in Ostern und das Gefühl, dass du Träger bist ich bin in der Luft okay, darf ich den Herrscher geben, nein ach, du bist da unten, hallo, ich bin hier oben sehr, 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 sehr sehr, 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 sehr schlägt ja es wird sein, was für das Neibachstum ne ne es ist die 552 er solltet die die in Hartkunden die ist Hartkunden ich da komm her okay, du hast sie geschossen könnten lassen da ich bin auf jemanden draufgesprochen und hab dadurch keinen Schaden bekommen aber der hat er auch nicht ne 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 wir haben keinen Schaden bekommen ne 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 dann ne 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 so und so doch ich hab' schaden durch das Feuer es die beste Tag auf dem Platz eigentlich bis zu der Stelle hinaus sich einstellen aber in einem neuen Stichwort noch eine Bratwurm auch nicht geworfen die Kinder nach einer Seite bei einer Lübenden und Lübenden das war es so lange nicht so lange ich mich bewegt Karl kann es mich eh nicht zu tun die Geistilte und sieben ich komme auch gar nicht aus dem Wasser ja ich weiß es nicht ich weiß dass er hier weil ich auch und war wir machen sie kommen alle zu mir bei der Ausnahme die Wissen erst ja alles ja es ist nicht mehr Menschen wenn wir nicht kommen wir stehen in die Unterhaltung von Scharen bekommen es wird hier in der Schleimhäuser oder wenn es so ist nicht gut ich habe mir nicht getötet und weil wir nicht mehr als Lager welche die Führung wir haben es auch nicht mehr keine Punkte mehr auch die hoch wird weg doch jetzt ist noch weggeschobst ich werde hier rüber geschobst worden was du darfst ich bin ich darüber geschobst ich da ist das so gut bei einer anhanden ja jetzt möchte ich die hohe warum standest du rum wer hat sich in der Klinik anziehen warum der Team Schatten eh der hat sich ins Bild der Krankheit ich töte ihn sofort das war auf dem Dach da muss ich wieder lesen schlusser und schweißen ich habe es zu gehen ich bin ich bin und sind ja auch zu beitragen abzutaten wird geschont geschont die glauben die glauben dass sie glauben dass ich hätte wenn die glauben dass ich könnte werden der war das hat mich auch angeschossen Ich muss das machen. Du wirst was nachgelernen. Du wirst es. Du wirst es. Nein. Warum? Wenn ich nicht. Alter, werde vergiftet, Bro. Werde vergiftet, Bro. Ich hab mich nicht hörts. Nein. Ich hab die Täter gekillt. Jetzt haben sie das beste weg. Zumindest. es gibt 1 2 3 gibt es und eine schon tot und das bin ich so weit gibt es noch ich gebe dir einen tipp der anfangsbuchstaben der anfangsbuchstaben ist c ich gebe dir einen vom zweiten buchstaben der ist h der zweite anfangsbuchstaben ero ero und torben torbengamer zweiter weiten weil ich von ihm erschossen wurde ja vielleicht ist es doch nicht ero das vielleicht ist es doch Toben Tobengamer halt die ganze Zeit gesagt ich wurde von ihm erschossen ne weiß ich kill ihn toben kill ihn toben ero ero töte ihn toben hinter dir ero ist Toben 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 nein sie geht in die Sackgasse das schaut ganz besser darf ich den mal aufnehmen ja 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 ero ist so dumm ja die sind sich in Skype und wollen das nur herauszögern weil sie einfach nur ich ja 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 leider ja 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 die die Börse in der Strasse die Klappen die Menschen 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 sind böse Nein du bist nicht Tadell Hey zusammen Hey zusammen Hallo Leute Hallo Leute Hey zusammen Hey zusammen Ich hab grad jemanden befreit aus der Tür in dem ich die wieder zugemacht hab Wow du bist nett Alter Wow Ich bin runtergefallen Cool 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 Ich weiß schon mal wie ich nicht schütten darf Wen Ich Nee Ach leck Weißt du auch warum Warum Ja guck doch mal Bisschen Und jetzt und jetzt sag was bin ich Inno Ja ich bin Inno Du auch ne Ja Achtung Eiernate Was hast du schon schade? Weil ich runtergefallen bin So Alle drei Töte Alle drei Töte in einem Ja alles Besser 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 Ich werde angeschossen Ich werde angeschossen Ich werde angeschossen Ich werde angeschossen Na Harz drei Kannst du mich wiederbeleben? Ich bin oben beim Haus.